In den letzten Jahren haben wir mit unserer Mohawk-Familie eine Riesen-Fangemeinde. Weltweit erreichen können und haben aufgrund dessen das bestehende und erfolgreiche Mohawk-System weiterentwickelt. Das Bärpo-Limp-System ist unsere eigene Hommage an den Bogensport. Es ist das größte Produktinvestment der Bärpo-Geschichte, besonders weil wir zusätzlich die Premium-Linie unserer Idle in limitierter Edition entwickelt haben. Wir haben uns außerdem dazu entschlossen, den Big Bär im neuen Design wieder aufzunehmen. Er gehört genauso wie die Mittelteile der Mohawk-Familie zum BLS-System. In der Entwicklungsphase bestand die größte Challenge darin, die Anstellwinkel so zu modifizieren, dass alle BLS-Mittelteilen mit allen Wurfarmen innerhalb des Systems kombiniert werden können. Das war der erste Schritt des BLS-Systems. Alles muss perfekt miteinander kombinierbar sein. Das BLS-System besteht nach der Entwicklung aus drei Wurfarmtypen. Hybrid Recurve Long Recurve Short. Die BLS-Mittelteile kommen aus der Mohawk-Familie in den Längen 13, 17 und 19 Zoll. Für uns gibt es nicht den Bogensport. Bogensport heißt für Bär-Pro-Products Vielfalt und verschiedene Ansprüche. Die Vielfalt zu honorieren und die Ansprüche zu vereinen bilden den Zweck des Bär-Pro-Limps-System.